Hallo meine Lieben, ja jetzt habe ich gerade den Noah in die Kita gebracht, heute Morgen mit dem Papa zusammen und ja, er hat aber heute das erste Mal geweint. Ja, das war auch ein bisschen blöd, weil wir waren etwas spät dran und wir haben nur bis 9 Uhr Frühstück, ja und jetzt war der ein bisschen geweint, das war ein bisschen doof. Dann habe ich den Daddy ins Büro gebracht und dann bin ich zurückgefahren und auf einmal bimmelte mein Handy und dann sah ich, dass er sein Handy vergessen hat hier im Auto. Dann musste ich wieder zurückfahren, ja das macht so viel Spaß durch Köln zu fahren, morgens während des Berufsverkehrs, macht richtig Freude. Jetzt bin ich hier am Rewe, jetzt gehe ich mal schnell rein, werde ein paar bisschen Salat einkaufen für heute Abend, dann werde ich heute Abend Lachsfilets anbraten, Knoblauch und Estragon und sowas. Also ich hole jetzt mal frische Kräuter und so weiter und mit bisschen Gemüse, aber ich mache immer so ganz deftige Salate, mit ganz viel Gemüse, Paprika, Zucchini und was ich alles da habe, Kohlrabi, wird alles in einen Topf geschmissen und in eine Pfanne angebraten und dann über den Salat gegeben. Und darauf kommt dann das dicke, fette Lachsfilet. Der Noah liebt Lachs, er isst jetzt keinen Salat, aber er liebt Lachs und das bekommt er nachher mit ein paar Kartöffelchen, die liebt er nämlich auch sehr. Ja, ansonsten ist die Eingewöhnung echt richtig cool gelaufen, also ihm geht es echt total prächtig, das bekommt ihm richtig gut, diese Kita und er hat richtig viel Freude, hat auch seine festen Buddies dort schon. Im Grunde genommen sind das ja die Kinder von der Tagesmutter, die ja auch dort hingehen und die liebt er total. Ja, und die kümmern sich immer so süß um ihn. Ja, und dann spielt er immer Fußball, also immer wenn ich komme, hat er einen Ball am Fuß, also echt total witzig. Und die haben auch so einen schönen Außenbereich, aber es ist richtig warm, also der Sommer kommt jetzt mal richtig, das ist ja auch mal richtig toll, weil der Sommer war bis jetzt ja nur verregnet. Und ja, und nach der Kita sieht das immer so aus, dass wir zu Hause sind und dann ins Trampolin hüpfen und also im Trampolin spielen die ganze Zeit und ich darf nicht raus. Ich werde immer von meinem kleinen Diktator dazu gebracht, dass ich im Trampolin bleibe die ganze Zeit und mit ihm hüpfe, hüpfe, hüpfe und ich bin echt Platz, muss ich sagen. Also, ja, teilweise echt so unter der Stunde darf ich da nicht raus. Wenn ich mich nur hinsetze, sagt er schon, Mama, aufstehen, aufstehen. Ja, dann muss ich immer hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ja, wir haben ein echt cooles Trampolin. Ich dachte, das ist toll, damit er hüpfen kann und sich auspowern kann, aber nee, er macht die Mama dadurch noch platter. Ja, juhu. Ja, ich werde euch mal das Trampolin, das wir haben, das habe ich nämlich damals zu seinem Geburtstag bei Amazon bestellt, unten verlinken in die Infobox. Das könnt ihr da euch nachbestellen. Das Wetter ist nämlich cool und das Trampolin ist toll. Vor allem, es ist sehr leicht und sehr stabil. Man kann das, wenn man den Rasen mäht, einfach mal kurz mit einer Hand wegziehen und dann da weitermähen. Und ja, und das ist auf jeden Fall echt eine tolle Investition gewesen. Es hat sich total gelohnt, weil auch wenn wir Besuch haben, die Kinder einfach zack ins Trampolin, reizverschluss zu und schmied mal, hüpft mal. Ja, das ist total praktisch. Soll ich jetzt mal reingehen? Ja, und schnell ein bisschen Salat holen und ja, was wollte ich denn noch holen? Bananen, genau Bananen. Der Noah mag auch so gerne Bananen. Und ich höre mich mal so verschnupft an, ne? Ja, ich höre mich mal so schrecklich nasal an in letzter Zeit. Das ist ungefähr seit einem halben Jahr. Ich habe so eine chronische Nasennebenhöhlen und ich war jetzt beim HNO und der hat gesagt, dass meine Zugänge links und rechts ein bisschen zu verengt sind. Und eventuell müsste ich die einmal durchstechen lassen, vergrößern lassen von innen die Zugänge zu den Nasennebenhöhlen, damit das einfach besser abschwillt alles. Ja, das ist aber so eine Mini-OP. Ich glaube, so eine Mittagspausen-OP. Ja, okay. Ich gehe da mal rein und melde mich später zurück mit dem leckeren Salat. Tschüss, tschüss. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch mal den Einkauf. Ein paar Hähnchen-Käulchen für morgen zum Grillen. Ja, dann Pita-Brot. Das liebt ja Noah total und ich auch, dummerweise. Voll die Weizen-Käule. Dann habe ich ein bisschen Fenchel, eine Avocado. Die werde ich gleich mit dem Salat verarbeiten. Hier habe ich glutenfreies Fleck. Die habe ich für meine Mutter geholt. Die hat ja so eine ganz krasse Zyliakidiane. Also so eine Glutenunverträglichkeit. Und, ähm, ja, nee, sogar eine richtige Intoleranz. So heißt das. So eine richtige Unverträglichkeit wäre, wenn man nur so ein bisschen was hätte. Aber das ist schon richtig. Ja, dann habe ich hier noch, ähm, hier sind diese Lachs-Steaks drin. Dann habe ich Biobananen. Dummerweise hatten die keinen frischen Estagon, also musste ich doch mal auf, ähm, getrocknete zurückgreifen. Dann die hier, die sind auch mal lecker, diese Drehlinge. Dann habe ich hier ein bisschen Koriander und Basilikum. Die habe ich gerade gefunden in dem Chibu-Shop. Die finde ich so süß mit den Sternen. Ich liebe ja alle die Sterne. Die passen ganz gut zu unserem Geschirr. Ein bisschen Salat, Erdbeeren von dem kleinen Mann. Der liebt die. Die haut ja gleich nämlich, wenn er nach Hause kommt, komplett weg. Und dann habe ich jetzt mal zum ersten Mal das hier gekauft, so Corning. Ja, so als Snack für zwischendurch, für den kleinen Mann oder wenn wir unterwegs sind. Ja, oder für die Kindergartentasche, dass er da irgendwas hat. Hier ist noch Wildreis von gestern Abend. Ja, dann werde ich im Noah, nämlich weil er kein Salat ist, einfach sein Lachsfilet machen mit ein bisschen Reis. So, und gleich werdet ihr nachher sehen heute Abend, wie ich das Ganze zubereite. Bis später. So, meine Lieben, das sind meine leckeren Lachs-Steaks. Und die werde ich jetzt schön marinieren. Das war mit drei Knoblauchzehen und ein bisschen Azulakal im Öl. Und da kommt jetzt gleich noch jede Menge Lauchzwiebeln, bisschen Senf und Estragon und Petersilie. Petersilie ist hier für diese Riesentüte. Da kommt ganz viel Petersilie mit rein. Mh, lecker, lecker. So, ich bereite gerade das Dressing vor in so einem kleinen Gläschen. Dazu nehme ich immer ein bisschen, nur einen Schuss von diesem siebenprozentigen Fett. Dann Olivenöl, ein bisschen Wasser, Zitrone, Pfeffersalz, ein bisschen Kümmel und Aceto Balsamico. Und dann nochmal weißen Balsamico. Das finde ich auch mal sehr lecker. Und dann Pfeffersalz, bisschen Chili. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen Estragon mit rein. So, dazu habe ich jetzt noch ein paar Erdbeeren geschnitten zum Garnieren, weil ich liebe das, auf dem Salat ein bisschen Obst auch zu haben. Ach so, genau. Und dann noch ein bisschen Löwensämpchen ganz scharfen. Kommt auch so ein Eierlöffelchen mit rein. Kommt auch so ein Eierlöffelchen mit rein.